Hallo zusammen, hier ist wieder heute und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns freut euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen. Und dazu war ich schon mehr oder minder fleißig, war wieder mit meinen Twinks ein bisschen unterwegs am Questen, diesmal hier in Draenor. Und da habe ich nebenbei ein paar Kisten zusammengefarmt und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was wir so drin haben. Insgesamt brauche ich vom DK, auf dem ich jetzt gerade bin, noch alle Items, alle elf Stück. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal 20 Kisten auf und hoffen, dass vielleicht das ein oder andere Item mit dabei ist. Gut, ich würde sagen, fangen wir an hier mit der ersten Kiste. Uh, wir haben natürlich einen Heiß gekriegt. Ich brauche nur allen T-Mocken, ich kriege einen Heiß. Perfekt. Dann das zweite, was wir haben, ist eine Waffe, die können wir schon mal brauchen. Sehr schön. Dann haben wir ein Trinkle, das bringt uns nichts. Dann haben wir nochmal eine Waffe, das bringt auch nichts. Nochmal eine Waffe. Ein Trinket. Eine Waffe. Ach komm, das kann ich mir doch jetzt nicht erzählen. Aus so vielen Items, ich brauche nur alles und ich kriege einfach nur die gleiche Waffe und Trinket und Hälse. Natürlich noch einen Ring. Pardon, und einen Ring. Und noch einen Ring. Ah, hier we go. Handgelenke. Noch eine Waffe. Schuhe. Schauen wir mal, wie viel brauchen wir jetzt noch? Acht Teile. Da haben wir den Umhang. Okay, den hatte ich anscheinend schon. Strange. Vielleicht hat der DK keinen eigenen Umhang, das kann natürlich sein. Dann haben wir den Kopf. So, jetzt haben wir noch fünf Kisten. Sieben Items brauchen wir noch. Nochmal einen Ring. Nochmal eine Waffe. Drei Kisten haben wir noch. Komm, jetzt noch das eine oder andere gute. Ein Umhang. Und das letzte, was wir noch haben. Sechs Items sind noch offen. Nochmal eine Waffe. Naja gut, also ich sag mal so. Elf Sachen hab ich gebraucht. Aus 20 Kisten haben wir jetzt fünf rausgekriegt. Ist in Ordnung. Hätte aber besser laufen können, ne? Vor allem, weil wir ja noch alles offen hatten. Äh, naja. Ich hab schon auch ein paar Kisten wieder zusammengesammelt. Hier unten seh das. Insgesamt 17 Stück. Ich hoffe, dass ich, ähm, bald wieder noch ein paar zusammenkrieg. Und dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Glück. Kriegen noch ein paar mehr Items raus. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Er hat mich gefreut, dass er dabei war. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Eich, tschla. Bis dahin. Ciao. Ciao.